hallo leute ich bin legendkiller und herzlich willkommen zu einem neuen video wir spielen hier mal das 2 matchmaking live und solo gucken ob wir wieder voll auf die fresse kriegen oder nicht er sagt ja nicht b und dann gehen die alle dahin 1 shot mit achja machen wir mal die audio ein bisschen lauter gut ja 1 shot mit schreibt eine komische sachen der typ hier der erste von denen der war mich schon im aufwärmen ein bisschen kann nämlich ein bisschen spanisch vor was verkauf ich egal ich gucke mal lang ab ich bin noch ein paar lagen ich bin noch nicht mehr ich bin noch ein paar andere Das ist der Grund, warum ich halt nur mit teammates eigentlich zack. Ja, waschen lang ist immer scheiße. Naja, jetzt können wir mal kaufen und wir trotzdem auf die Friste kriegen. Komm, wir holen das noch. Kennen die Gegner sich irgendwie. Geht kein Clan irgendwie. Na Quatsch, was macht man von hier, glaub ich, ne? Ich kenn die ganzen Smokes nicht. P90, nooo. Mica solo P90, quello che push a short col P90, no, eh. Flashback. Maddo, stico già mi sanno di nab, boh. Unda lì. Schi, vabbè. Oh my God. Good job, guys. Nooo, you aren't too good. Good job! Was? Wo waren die denn alle, Alter? Der eine, der kauft, muss eigentlich Eco machen. B250 muss reichen. Und noch ne Smoke. Und noch ne Smoke. We must move. Loll, von hinten! Koop! Bes Qiu! Claiming! Deine апknosi! Was kommt der denn von hinten, Alter? So teammates, ne? Boah, da BOO! Der Junge. Oah, unser Spawn! Komm, kriegen die einen guten Job So, ich muss mich mehr auf meine Kills konzentrieren Oh, ich muss mich nicht mehr auf die Kills Oh, ich muss mich nicht mehr auf die Kills Ich muss mich nicht mehr auf die Kills Box ist B. Ich weiß nicht mal, was das für eine Sprache ist, ey. Ich weiß nicht mal, was das für eine Sprache ist. Ich weiß nicht mal, was das für eine Sprache ist. Ich weiß nicht mal, was das für eine Sprache ist. Ist das ein Warn, ne? Knife, Knife! Good Job! So, die haben alle, dann kaufe ich mir auch mal. Kaufe ich mir einfach mal. Oh, hier, zack. Oha, drei Arbe. Oha, dieser Sound, ey. So, das dann. Du kannst du auch da unten. 1B, 1, go B, go B, go B, 1B. 2B. 4. 5. 4. 6. 6. 6. 5. 6. 7. 8. Oh mein Gott, warum gehst du so? Oh mein Gott, ich spavente. Mann, ich brauch ne Echo. We must move. Ah, ich hol die alle mit der Pistol. Wie viele hab ich denn überhaupt? Zwei Kills hab ich. No one goes B. No. We are going B, man. Boah, ich werd so verkacken, wenn hier einer kommt, ne? Gute. Oh mein Gott. Einer Nudl. With Tekno. Madonna. 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 Big auto. Drop auto, please. Ich folge der Bombe am besten. Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, 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 Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. 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 Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Blue, woher du gehst? Go B. Warum bist du da? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Du bist quasi ein nabby wie meine. Ich bin quasi ein nabby. Wir spielen für kills. Wir spielen für winzern. Wir spielen für kill. Nein, wir spielen für kill. Ich fahre. Was ist das für ein komischer Sound von der Waffe? Boah, ich dachte grad, da steht einer. Okay, mach. Aber waff, waff... 2 Röntgen noch? Andiamo di per una volta per tutte, da una parte, senza fare un Rotate, per favore? Mamma mia, sti qua non pusha, 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 sti qua non pusha ganz iеле Boxes Ich wusste, dass er da ist, Mann, und trotzdem fickt er mich Ou19 Spawner und 1 см2 es sind zwei stück und er sagt drei an das meine jawohl und gut job so nehme ich denn jetzt immer die die smoke mit wie konnte der typ mich gerade eben holen ich wusste dass er da ist und die bombe mit die bombe mit ma porca puttana dio 2 mid ma sei serio ich denke ich kann nicht sagen dass die 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 warte genau mann wir gehen denn vier in einem wie kann ich denn vier in einem geben ich bin letzter ja verdient also mein form ist der vor mir bombe planten oder so ja wo ist denn hier im gegner team ja dann muss ich wohl alleine weh machen ich hoffe mal ich gehe jetzt einfach hier durch bombe tunnels bam alter meine gute runde p90 junge wenn sie wieder aus b wenn die da raus wollen ich bin ja ich habe das scherz den baisen ich bin ja ich bin ja Ich verstehe ihn nicht, ist auch kein Englisch, was er spricht. Wo sind die alle? Ich denke, wir sind zu kurz. P90 für die Wunschung. Ich habe recht. Ich habe recht. Ich habe recht. Ah, einen Kit habe ich schon, okay. Wo habe ich das her? Hab ich mich schon gerade irgendwo aufgehauen. Brand? Ne, zu teuer. Warum geht der jetzt hier auf meine Position mit dieser Hurenbock? Hurenbock. Krass. Du hast die Hurenbock, oder? Du hast die Hurenbock. Ah, teammate. Das war ich, den du hier abgeballert hast. Ah, noch hat so kostet mal alles, okay. Ah, Koli. Fuck. One Tunnel, two Tunnels. Terroristen gewinnen. Da war ich einfach zu greedy. Ich hätte nicht reinlaufen sollen. Das ist fast China. Ich habe die Hurenbocken gemacht. Ich habe die Hurenbocken gemacht. Oha. 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 Nein, das hat er auch schon, das Mokko war. Ich habe die Hurenbocken gemacht. 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 Oha, dass wir das tun können. Das ist ja auch. Ich denke, dass sie da war. Vielleicht haben wir diese Hurenbocken gemacht. Ich habe die zuvor. Oh, okay. Ich habe die Hurenbocken gemacht. Das ist ein Gehirn. Das ist das größte. Ich habe das letzte Mal. Ah, gut. Der letzte Mal in der Hurenbocken. Das sonst war." Der Moment ist sicher. Das waren noch mal ein paar gute Kürze. Wo ist der? Du hast gesagt, dass du siehst, bravo. Ah, Junge. Was ist das, was du gemacht hast? Nein, ich will die weg und muss mir eine Flasch kaufen. Ich brauche mir eine Arme. Eine M4. Falsche Taste. Granaten. Okay, einer von denen hat eine Arme oder sowas. Blank down smoke. Blank down smoke. Benw... ucking with***g. Ja, das ist gut, wenn man sich die Leute verraten kann, das ist schrecklich. Wer hat das gemacht? Mit der Glück, dass sie die Apolle verraten hat. Ja, das ist gut. Ich muss die A, ich muss die B. Ich muss die B. wo kommt er jetzt es gibt einen B- ich glaube es ist sicherlich Chor, Chor, Chor G- man, G- man, nice Es gibt einen Mooker, den ich dazu Oh, ne Banane! Der Typ AFK oder was? Die Smoke mal nicht, wenn der eine AW hat Ehh, eine lange mit AVP Sie sind sehr lange, sie sind sehr lange Sehr gut, eine Waffe Okay, es ist eine Waffe Sehr, sehr, sehr Ein weiteres Waffe 20 HP Auf der anderen Seite Schmerzen, schmerzen! Ja, 20 HP Genau, die sind gut Gut, wenn du ihr probierst, ich arbeite bene Nein, das ist besser Ich versuche dir eine Waffe Dauberin, wenn man dann eine Waffe Gute, wenn keiner mitte deckt. Ist der eine Typ überhaupt von den raus? Haben die ganze Zeit schon einen Bot. Ich hab gar nicht geguckt, ob der jetzt eine Zeitstrafe oder so bekommen hat. Wo geht denn da was ab? Auf langen? Wow! Alter, hab ich mich erschrocken. AK. Nein, nein, ich lieb wieder im 4-Loss gerade. Alter, ich hab mich so erschrocken. Zum Glück hat der gerade voll geflatet. Na ja. Kaffee, vergrannt. Einer mit dem Puscheln. Er wollte mich verarschen. Boah, kaffee. Gar keine Haie. Short, short, short. The bomb is short. Ehm... 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 Bond short. Bond short. Bond short. Ich gebe bei Tunnels. Short. Royal Stainby. Wallong. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. Go, 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 yellow! Defuse. Ich habe die Bombe gefüllt. 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 Wie viele Runden waren wir denn in der Führung? Wir haben jetzt gefühlt irgendwie keine Ahnung wie viele Runden gewonnen. Guck mal, ich bin auch gut am Aufrollen. Also verteidigen kann ich irgendwie besser als angreifen. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, wenn die Gegner die ganze Zeit reden. Haben sie jetzt eine Awe? Wieso ist der Typ jetzt wieder hier? Wo ist denn der blaue? Dritter, okay. Guckt überhaupt an der Mitte? LOL! Scheiße. Was kommt davon? Weil der Typ einfach nicht Dingens geguckt hat. Vielleicht schockt. Vielleicht schockt. Ach komm, sowas hasse ich voll... Long, oder? Die sollen Diefmusik spielen, die haben die Bombe. Alter! Das wird nix. 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 Hat er gut gemacht. Beziehungsweise die Gegner haben es schlecht gemacht. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Guckt jetzt einer in der Mitte? Das weiß ich natürlich nicht. Das wird nix. 1B. 2B. 1B. 2B. Mama miau. Mann, das ist immer scheiß, wenn der Mitte Spieler sich holen lässt. Wenn du allein auf B bist, machst du nicht viel. Das ist hier, Fradu. Ich bin Fradu. Ich hoffe, denn ich habe eine Arme sehr gut gemacht. Ich habe eine sehr gut gemacht. Ich habe eine sehr gut gemacht. Nein, nein, ich werde nicht warten. Ich habe eine sehr gut gemacht. Ich habe eine sehr gut gemacht. Egal, da ist noch drin. Es ist noch alles drin. Es ist nur eine Runde, die wir jetzt verloren haben. Komm, Brandwerf ich eh nicht. Wieso nimmt der P90? Das ist doch der Mittelspieler, Mann. Ist der behindert? Wir haben einen guten Comeback gemacht. Oh, da waren zwei Mitte. Der Typ ist tot. Der Typ ist tot. Der Typ ist tot. Der Typ ist tot. Kannst du nicht? Der Typ ist tot. Warum bist du ein Bート? Das ist tot. Woher kommen die denn? Speed Spot! 50 AP Da gibt's schon Läufer Was macht der? Ich hätte die holen müssen Ich hätte die holen müssen Dann wär's 13 13 Wär eher holbar als Ich hätte das Wär mehr Wär mehr Wär mehr Tutti long 1 long Kvp, 2 long, 2 long guys, go long Stay peace 1 pp Ma madonna, ma ragazzi Ma sono un po' inutile, bravo, le mani nette 2 long guys 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 Oha Na, machst du nicht viel Teammates, come on Man, concentriert euch nochmal, alter Ich kann Bock hier zu verlieren Nach dem schönen comeback, ey Ich wollte grad sagen, dass da bis jetzt noch keiner durchgebringt hat, wundert mich Gut, gut Einer schonmal weniger Zwei weniger Ma madonna Ma madonna, mit der Arme der Spini Porca puttella Ihr seid gewinnen mit der Arme Tunnels Wie schnell hat der mich gekillt, ey Ja, gg Wir hatten die so gut gehabt, ey Fuck, ey Ich hätte ihn killen müssen Ähm Die eine Runde hätten wir da nicht verlieren müssen Ich hätte ihn grad killen müssen Bow Teardown Ist sie gut? Keine Ahnung Ist mit einem Blauskin Naja Leute, das war mal hier eine Runde Matchmaking Live Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen Und dann würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen Vielen Dank fürs Zusehen Ciao